Ja, schieß doch auf ihn, er steht herum und ich bewege mich, also bitte. Okay, f*** dich auch, Arschloch. Ja. Ja, der Zerbester. Sniping, like a boss. Ja, was zur Hölle macht Madcovich, was zur Hölle macht. Okay, er ist aber begegnet. Ist das so schwer? Nein, wir nehmen die M16. Scheiße. Natürlich auch, f***. Oh, muss ich so oft sterben. Weißt, wisst ihr, es kackt mich nicht an, dass ich sterbe. Es kackt mich an, weil ich genau weiß, je öfter ich sterbe, desto größer wird die scheiß Fraps da teilen. Ich bin zum dritten Mal diesen Arschloch. Okay, zählen wir weiter. Ich kriege jetzt einfach nur noch auf der Brücke. Habe ich gerade entschieden. Ich habe keinen Bock, dich nachzustört. Ich habe keinen Bock, dich nachzustört. Perfekt, ich habe keinen Bock. Natürlich, f*** dich, f*** dich, f*** dich. Hört auf, auf mich zu schießen. Schießt auf Mad College. Da kann das vertragen. Ah, ich hasse diesen Team. Crepiert an eurer eigenen Scheiße, ihr Aschlecht. Okay. 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 Okay, sind die tot? Scheine so. Okay. 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 Jetzt dann wir also hier durch und dann hier durch. Dann hier runter. Okay, finde ich eine gute Idee. Brady Brady Captain Brady, guten Tag. Das sieht cool aus. Schönes Lacher. Schöne Lacher. Wir suchen irgendwelche Zeichen von Al-Bashir. Find ihn, schau ihn. Ihr alle, gehen in den Bausten. Wir werden den Rest des Gebäudes schieben. Roger. Blackman, komm! Ja, ich komm ja schon. Ich hab schon die Tür abgeschossen. Warte. Seht ihr, jetzt geht sie dann auf. Genau, seht ihr? Hätte ich nicht draufgeschossen, wäre die jetzt nicht aufgegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ihr wisst, meine Expertenmeinung ist immer sehr gut. Und eigentlich hab ich immer recht. Okay. Geht's da tief runter, Camper? Das geht so. Wir könnten uns lieber springen und uns da und da anhangen. Das sind doch nicht 20 Meter. Das sind nie die 20 Meter. Das sind nie die 20 Meter. Okay. Jetzt muss ich mich schön runter sein. So wie Camper. Ja, ich weiß, wie man sich absehnt. Ich mach das mindestens schon zum dritten Mal. Nein, vierten Mal, ganz sicher. Okay. Okay. Jetzt noch einmal. Sonst sollte das reichen. Okay. Warte mal. Ich hab ne Endgranaten. Ah, egal. Oh. Oh. Shit. Wieso? 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 Amerika! Ha 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 ha! Nehmt das! Ja! Ffff... Okay Der ist dann. Okay Vielleicht ist Al-Bashir da drin? Ich weiß nicht. Wir werden es herausfinden. Verstehen wir das. Das wird sicher auch mit ein paar Schatten, ein Schützen. Oh. Der CF hier oder so was. Okay Wir sind schon in die Deckung gegangen. Das muss man schon sagen. Oh, Bildschirm. Wieso ist das? Wieso? 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 Ja, die Bildschirme sind... ...aus kugelsichenden Glas. Okay. Okay. Goddammit, Timmy! Ja! Ich gehe in. Ich gehe in. Ich gehe in. Die Linke. Die Linke. Die Linke. Die Linke. Was ist das? Leute, was ist das? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Scheiße. Der andere ist durch Nukes vorne. Oh, er hat seine Märkte. Ich glaube, die ist die ihm so in die Hand eingewacht. Der andere ist durch Nukes vorne. Oh, er hat seine Märkte. Ich glaube, die ist die ihm so in die Hand eingewacht sind. Er wird runter. Das ist Misfit 1-3. Misfit, das ist der aktuelle Sound. Misfit! Wir haben ein WMD geschlossen. Brake? Es gibt vielleicht mehr als eine. Misfit 1-3, du bist geschlossen. WMD? Sag wieder, du bist geschlossen. Scheiße. Oh, das kann nicht gut sein. Okay, wir müssen hier raus. Und zwar in der nächsten Folge bei der Mission Genossen. Genossen im Sinne von Freunde und nicht von... Ich geniesse es. Aber ich geniesse es, das zu spielen. Also, dann bis morgen oder irgendwer anders. Und ciao. Ich kenne die Sägepläne. Untertitelung des ZDF, 2020